Niko Supreme Shots aus dem Norma. Zuerst das Red Shot Rohr. Oh wow. Wie bekannt aus der Redalia von Niko. Einzelschuss. Echt Hammer. Krasse Ausbreitung. Dann jetzt der Strobe Shot. Bekannt aus der Golden Lenses von Niko. Die Ausbreitung ist ja der Wahnsinn. Und jetzt kommt dann noch der Crack. Nein, der Silver Shot. Ist aber mit Crackling. Bekannt aus der Popping Flowers von Niko. Ja, schöne Bouquets. Echt super Bombenrohre. Ja. Ja. Ja.